Moment, da kommt noch wer, die Maus und der Ilfant. Wie cool, dass ihr mal am Logo-Studium vorbeischaut. Die beiden hier haben heute schon den ganzen Tag Geburtstag gefeiert. 50 Jahre Maus. Herzlichen Glückwunsch. Und zur Feier des Tages dürft ihr jetzt den Logo-Tisch runterrutschen. Das ist sehr gut. Das würde ich auch gerne machen, aber ist nicht. Na ja, bis bald.